Hallo meine lieben Zuschauer, heute ein kurzes Tutorial und zwar zu unserem Smartphone aka dem Handy, wie man Notrufe absetzt. Und dann möchte ich euch am Ende vom Video noch zeigen, wie ihr euer Mikrofon richtig einstellt. Zum Medic selbst, den Beruf könnt ihr wie immer auswählen, indem ihr hier in Los Santos zum Koffer geht, zur Arbeitsagentur. Dort wählt ihr dann den Beruf Polizist, Mechaniker oder Medic aus. Wenn ihr Medic seid, seht ihr jetzt unten links auf der Karte diese Pillen. Diese Pillen haben wir in drei Locations gepackt, da klickt ihr mal drauf, dann seht ihr drei von drei und könnt mit der Pfeiltaste links und rechts auf der Tastatur diese Stores durchgehen. Einmal hier oben in Sandy Shores, in Graveseed und einmal in Los Santos unten. Hier ist ein Medic Shop, das bedeutet hier könnt ihr Gegenstände kaufen, die ihr braucht um euren Dienst zu machen. Ihr seht Verbandskästen, 65 Dollar wird zum Reanimieren von Spielern benötigt und die Pillen, die bewirken Wunder. Ja, also die Pille ist hauptsächlich dafür da, um Lebensenergie wiederherzustellen. Ich setze jetzt mal einen Notruf ab, Leute, und es geht immer so. Also, wir gehen in das Menü, sagen Handy, dann gibt es hier eben ein Verzeichnis, das Telefonverzeichnis, das wird aktuell noch nicht genutzt, der Nachrichtenverlauf, wenn du mit einer anderen Person zusammen schon Konversationen betrieben hast. Also, Entschuldigung, das Telefonverzeichnis, da kannst du Kontakte hinzufügen, weil jeder hat, ich gehe nochmal ins Menü, unter Identität hier eine Telefonnummer. Seht ihr das Nummer? 06204 11730 ist meine Handynummer, darunter kann man mir Nachrichten schreiben. Und die kann man auch ins Handy hier einspeichern, ja, nur zur Info. Service, klickt hier drauf, Police, ruft die Polizei, Emergency, den Notruf, Taxi, natürlich ein Taxi und Repair an Mechaniker, falls dein Auto irgendwie zusammengebrochen ist. Ihr klickt auf Emergency, wird auch noch bald übersetzt, auf Deutsch, haben wir leider nicht hingekommen. Und gibt hier eine Nachricht ein, es steht hier, benötige dringend Hilfe, verletzte Person auf Straße bewusstlos aufgefunden. Und dann vielleicht noch ein Bindestrich und euren Namen dahinter, damit man weiß, wer ihr seid. So, und jetzt passt mal auf, was bei mir passiert oben rechts. Ticket, Emergency, Eingang, nimmst du an, benötige dringend Hilfe, verletzte Person auf Straße bewusstlos aufgefunden, Reifinger. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit F5 zu sagen, ja möchte ich, ist grün und mit F6 kann ich sagen, nein will ich nicht. Ich möchte den Einsatz annehmen und jetzt seht ihr auch unten links, der Notarzt ist unterwegs. Das heißt, derjenige, der den Notruf abgesetzt hat, bekommt da unten links die Information, es kümmert sich jemand um den Einsatz. Falls der Notarzt ist unterwegs und nicht steht, kommt auch noch niemand. Also bitte immer darauf achten. Ihr seht jetzt auch als Medic, habe ich hier so ein kleines Kreuz auf der Karte und das ist mein Zielpunkt. Wenn ich im Auto sitze, wird automatisch dahin eben ein Waypoint gesetzt und dann werde ich auch da hinfahren. Das heißt, wie wir sehen, dann automatisch eine Route. Leute, hier wurde der Notarzt abgesetzt, das ist genau die Location, wo ich gerade gestanden bin. So viel dazu, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ansonsten bitte auf den Discord. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie ich das Mikrofon einstellen kann bezüglich Ingame reden. Ihr geht auf Escape, Einstellungen und dann hier Sprachchat. Ganz wichtig, Sprachchat aktiviert, ja oder nein, der muss natürlich aktiviert sein. Dann ist hier unwichtig, Mikrofon aktiviert, an und ihr müsst bitte auch gucken, Eingabegerät, dass hier das richtige Mikrofon ausgewählt ist. Nicht eure Webcam, nicht euer sonst was. Hier muss das Mikrofon angezeigt werden, was ihr denn haben möchtet. Es gibt die Möglichkeit auch noch Push-to-Talk einzustellen und die Lautstärke. Wenn ihr also Ingame angesprochen werdet und das heißt, hey, du bist viel zu laut, macht eure Mikrofon-Lautstärke hier runter. Ja, ganz wichtig. Die Empfindlichkeit ist dafür da, um Push-to-Talk, wenn man das nicht anhat, dass er automatisch erkennt, dass eben jemand redet. Ich zum Beispiel habe Push-to-Talk an, weil es viel angenehmer ist. Ich habe das auf meine Maustaste gelegt und jetzt gehen wir nochmal auf Tastaturbelegung und dann auf GTA Online. Und hier seht ihr zum Sprechen drücken. Und das habe ich auf meine Maustaste gelegt mit dem Daumen. Das bedeutet, wenn ich hier auf die Maus drücke, seht ihr oben Currently Talking Reif und ihr seht auch, wie ich meine Lippen bewege, weil ich jetzt Ingame rede. Das war das Tutorial zum Telefon als auch zur Voice, wie man denn richtig hier sein Mikrofon einstellt und mit uns redet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf dem Server sehen und bewerbt euch bitte auf dem Discord zum Whitelist-Server. Dort haben wir so ein bisschen coolere Leute noch, da der Public ja oft von ein paar Leuten gestört und die einfach nur Scheiße bauen. Wer jetzt so Lust hat, ein Teil davon zu werden, kommt bitte auf meinen Discord. Link seht ihr hier im Video. Und wünsche euch noch eine gute Zeit. Danke fürs Reingucken und wir sehen uns auf dem Server. Ciao.